Guten Tag, recht herzlichen Willkommen zum Raylaunch morgen am 18. um 11 Uhr zum Mario Schneiders Web 2.0 Traffic System. Also morgen am 18. um 11 Uhr beginnt der Raylaunch und hier auf meiner Seite moni2010.de erfahren Sie alles Wissenswerte vor, während und nach dem Raylaunch. Und hier, also was Sie erwartet, 5 Euro kostet das Abosystem zum Einsteigen, da erhalten Sie Zugang zu einem ausgeklügelten Mitgliederbereich und mit Community Inhalte können Sie erstellen. Es gibt ein Mitgliederchat, ein Forum, Kommentare und halt die Anleitungen. Und dann ist der Mitgliederbereich hier die ersten Schritte, das Multimedia E-Book, das Sie erhalten und die Wochenlektionen. Und hier klappen wir das auf, das sind die Wochenlektionen, 1 bis 20. Hier erscheinen die und die werden nach der Reihe, je nach Woche, freigeschaltet. Also Sie sehen, es ist wirklich ein ausgeklügeltes System. Weiter erhalten Sie das Multimedia E-Book zum Web 2.0 Traffic System. Also es beinhaltet alles, was Sie wissen müssen zu Web 2.0, zum Web 2.0 Traffic System, wie Sie gratis Besucher generieren und so weiter und so weiter. Also was ist Web 2.0, die Basiselemente, Vernetzung der Basiselemente und das System. Die Basiselemente sind YouTube, Twitter, Facebook und ihr WordPress Blog. YouTube und Facebook. Und durch diese generieren Sie dann die Besucher, was natürlich in diesen drei Web 2.0 Portalen geschieht, wird auch von Google gut aufgenommen. Und wenn Sie die richtigen Wörter haben, kommen Sie schnell auf die erste Seite bei Google und das verschafft Ihnen noch zusätzliche Besucher. Und die Vernetzung. Twitter mit Blog. Und überall finden Sie ein gutes Videosystem, das alles erklärt. Wie Sie Facebook, Twitter und YouTube mit Ihrem Blog verbinden. Also es wird an Informationen nicht gespart. Deshalb seien Sie mit mir dabei. Morgen, um 11 Uhr, schauen Sie auf meine Seite, Money2000D, dort erfahren Sie weitere Informationen zum Re-Launch von Mario Schneider und seinem Web 2.0 Traffic System. So, das war's für heute und wir sehen uns hoffentlich morgen am 18.11. um 11 Uhr auf meiner Seite, Money2010.de und da fahren Sie alles weitere zum Re-Launch des Web 2.0 Traffic System von Mario Schneider. So, das war's für heute und wir sehen uns hoffentlich. So, das war's für heute und wir sehen uns hoffentlich. Vielen Dank.